Fresh ASMR ist wieder zurück und damit herzlich willkommen zu einem Video hier auf diesem Kanal, heute wieder zu GTA 5 Softspoken, ich versuche, es geht mein Bestes und ja, das letzte Mal, glaube ich, haben wir das Rennen gefahren, ich würde sagen, wir fahren hier mal hin mit dem Motorrad einfach, ganz einfach. Ich spiele natürlich wieder mit dem Controller, ich hoffe, das hört man so einigermaßen, aber nur fahre ich dann lang. Und wenn dir meine Videos gefallen, kannst du natürlich auch gerne kostenlos ein Abo dalassen, oder dann kann man wie das mal aufpasst. Und ja. So, wir fahren hier erstmal zu Franklins Home, nicht Home, aber zu seiner Arbeit, glaube ich, ist das. Aua. Voll da reingefahren, sorry, das wollte ich nicht. So, hier haben wir die Kurve. Und... Oh, no, voll gegen das Schild gefahren. Naja, naja, naja. So. Ah ne, wir sind doch bei Franklins Home. War ich sogar richtig? Hey, yo, shut up. So, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, ins Haus. So, dann gehen wir mal rein. Vielen Dank. I mean, she cool as a mothafucka, man. Come on. Come with it. You gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk with Chalk at the same time, alright? With Chalk? You need to walk with your fat ass. Okay, you talking. No front. Do I need to put a leash on your ass? Come on, let's go, dog. Come on, homie. We ain't got all the tape. Let's go. For sure, but what you gotta... Kidnap that fool, that clown D. That OG fool from Baltimore. Dog, I told you. No more gangbanging retro binges, bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You're gonna make some paper, low. And ain't nobody out of your gangbanging. It just looked like that. You gotta know the difference, man. Oh, man, great. My uncle would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You drive it. Okay, ich fahre. Okay, ich fahre. Okay, wir fahren mal hoch. Zum Whitewood Boulevard. Oh, sorry. Wir fahren jetzt dort hoch. Oh, weh. Ich glaube, der fährt wohl jetzt ein bisschen schneller. Oh, if's not. I'm not. I know, homie. But look. I met this contact this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dying bag hustling. Credit card stealer. Boosting gas tankers on me. Come on, man. But you trying to be some fucking commodity trader, We find it's my alarm. All right, yep. So, jetzt da lang Okay, es geht gut Achtung, wir haben Vorfahrt Der quält sich hier einen Berg hoch Alle hier am Rumhupen Er war jetzt gleich so neuer da Ein bisschen zerkratzt dort vorne Oh 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 Jetzt muss ich den verfolgen, oder was mit dem langsamen Van? Oh no, da komm ich ja nie hinterher. Der Hund auch, und die bellt auch schon. Hm, das stimmt. Die sind echt verrückt, der ist echt langsam da ran. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Come on. Oh no. Close. Mensch, weißt du nicht aus, stehen bleiben. Bisschen hupen, dann bleiben alle stehen. Oh mein Gott, der wurde überfahren. Oh, der rennt weg. Oh mein Gott, der rennt, der rennt, der rennt. Ja, der Hund hat ihn, oder? Nee, noch nicht. Mist. Nicht bekommen. Oh no, schnell. Wir sind schnell, schnell, schnell. Mann, warum ist der so viel schneller als wir? Okay, er ist stehen geblieben. Ah, jetzt läuft er wieder. Schnell. Oh, ich bin mein Zug. Oh ja, fuck no, der rennt, springt auf den Zug auf. No way. Hey. So, was soll ich jetzt machen? Okay, ich öffne mal den Güterwagen hier. Öffne wir den hier noch. Okay, schnell hinterher, dem Hund. Gut. Gut, wir werden nochmal zum Hund. Hä? Jetzt hat er was. Was macht er da? Was ist denn? Was ist denn? Komm. Komm schon. Hier müssen jemanden finden. Wo ist der vielleicht hier? Okay, mal schauen. Vielleicht ist er ja hier drinnen. Ah, jetzt, wir haben ihn. Schnell hinterher, hinterher. Okay. 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 wir müssen jetzt so hinfahren. Gucken, wo es jetzt hingeht. Mal schauen. Okay. Okay, da rüber. Okay, da rüber. Und da lang. Okay. 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 wir haben noch Glück gehabt. Okay, wir rufen jetzt hier irgendjemanden an. Okay. 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 wir fahren mal noch da hin. Okay. 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 wo geht denn ab jetzt. Hängen die Bullen ab. Okay. Dann fliehe ich jetzt mal noch von der Polizei. Okay. Wir fahren nochmal schnell besser weg hier. Okay. Und los geht's. Okay. Dort rechts haben wir noch Polizei. Und dann hier lang. Schauen. Kleine Runde hier fahren. Okay. Okay. Dort unten ist Polizei. Ja, wir haben's geschafft. GTA sollte ja auch schon mal nen Polizeiupdate rauskommen. Klingt von dem Jahr. Doch, dann ist das mit Black Lives Matter mit dem Polizisten in den USA passiert, glaube ich. Und dann haben sie es verschoben. Oh, was ist das denn hier für ein Stab ab? So, mann, ich freue ja wirklich für den Letzten. So, geschafft. Gut, dann hoffe ich dir, dass du das Video gefallen hast. Gerne kostenlos ein Like und ein Abo da. Wenn dir das Video gefallen hat, schreib gerne was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.